Einen schönen guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Reden möchte ich heute über das Eon-Ticket in Pokémon Omega, Rubin und Alpha Saphir. Denn es wird möglich sein, dieses Eon-Ticket per StreetPass zu versenden. Zur Erinnerung, das Eon-Ticket wird Latias in Pokémon Rubin und Latios in Pokémon Alpha Saphir auftauchen lassen. Beziehungsweise man wird zur Insel mit diesem Pokémon gelangen können. Und zumindest für Großbritannien wurde angekündigt, dass am 29. November das Eon-Ticket an 15 Fans weitergegeben werden soll, die an einem Gewinnspiel teilnehmen. Ich glaube natürlich nicht, dass es über diesen 15 bleiben wird, denn das wäre extrem asozial. Aber auf jeden Fall ist es möglich, diese Karte per StreetPass weiterzusenden. So wie es früher möglich war, das über den Statistiktausch weiterzusenden. Nur, dass es diesmal natürlich endlos oft geschehen kann. Finde ich an sich eine gute Sache, aber ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht bei diesen 15 Leuten bleibt, was ich mir jedoch nicht vorstellen kann. Weitere Details zu diesem Event soll es am 13. November geben. Ihr könnt mir erstmal schreiben, wie ihr das überhaupt findet und dann können wir gerne über dieses Thema diskutieren.